Heute gibt es, wie versprochen, die Lösung zur letzten Aufgabe. Wir hatten eine Methode, Weiterum, und Weiterum sollte weiterzählen, entweder um Stunden oder Minuten. Und wir hatten hier unten ein paar Beispiele, und die sollte man nachbauen. Ich muss aber dazugeben, ich habe mich hier unten schon verrechnet, vertan. Das werden wir später noch sehen, aber schauen wir uns mal die Lösung an. Das ist die Lösung hier, um Weiterum auszurechnen. Das hat nichts unbedingt mit Methoden zu tun, dem Thema unserer letzten Folge. Es hat mehr mit zu tun, wie ich eine Methode ausprogrammieren kann. Ich denke aber, es ist eine ganz schöne Übung in der Swift-Programmierung. Ich mache mal hier noch Leerzeilen rein, damit es ein bisschen übersichtlicher wird, und schauen wir uns mal an. Also, wir bekommen einen Betrag übergeben und eine Einheit, beispielsweise, dass er weiterzählen soll, um 10 Minuten. Und dann haben wir hier einen Switch, der einfach schaut, was ist in der Einheit drin. Ist es eine Stunde, zählt da zur Stunde einen Betrag dazu. Ist es Minute, zählt da zur Minute einen Betrag dazu. Hier habe ich die Abkürzung, also das ist das Gleiche wie das hier. Ist aber ein bisschen kompakter, und weil das oft vorkommt, gibt es hier diesen abgekürzten Operator Plusgleich. Dann nehme ich den gleichen, nehme ich für Minus. Hätte man noch schöner machen können, also mir hätte hier noch eine Konstante nehmen können, oder mir hätte hier ein Enum nehmen können, dabei sehen wir aber noch nicht. Für uns reicht jetzt einfach mal das hier. Und ich habe hier nochmal ein Default drin, wir müssen hier ein Default angeben, und da gebe ich einfach Fehler aus. Das geht natürlich besser, da können wir später was anderes machen, soweit sehen wir aber noch nicht. Gut, ja, aber was passiert jetzt, wenn jemand 70 Minuten hinzuzählt, oder durch das Hinzuzählen es plötzlich 70 Minuten sind. Also nehmen wir mal an, hier stehen 70 Minuten drin. Damit müssen wir umgehen können. Dann bin ich jetzt zur folgenden Lösung gekommen. Ich nehme die Minuten, also 70 geteilt durch 60, kommt 1, irgendwas raus, und durch das, dass das hier ein Double ist, ich das Ganze hier aber auf ein Int caste, habe ich dann einfach eine 1. Also, bei 70 Minuten müssen wir die Stunde um 1 weiter drehen. Das machen wir hier. Dann müssen wir aber diese 60 Minuten wieder aus, von den Minuten abziehen, also Minuten sind ja 70, und dann 1 mal 60 sind 60, 70 minus 60 sind 10. Also wunderbar, wenn die Minuten auf 70 stehen, soll die Stunde 1 vorgedreht werden, und da sollen 10 Minuten drinstehen. Was machen wir, wenn wir über die 24 Stunden kommen? Nehmen wir mal an, die Stunden stehen bei 25. Da habe ich das Prozent, das ist Rest der Division, den Modularoperator. 25 durch 24 ist 1, unten ein paar zerquetschte, oder 1, Rest 1. Ja, und damit müsste es auch hinhauen, dass 25 Stunden, dass da 1 rauskommt, dass da 1 Uhr da ist. Schauen wir uns mal die Fälle hier unten an. Weiter um 10 Minuten, da müsste 20 Uhr 25 rauskommen, weiter um 5 Stunden. 5 Stunden zu 20 Uhr sind 25 Stunden, also kommt 1 Uhr raus, und die Minuten sind nicht verändert. Dann zähle mal 90 Minuten dazu, und gucke mal, was da passiert. Und bei 90 Minuten, ja, passt auch 1 Stunde in 30, geht da weiter. Ja, jetzt gucke mal vielleicht nochmal, was passiert, wenn ich genau hier 10 Minuten nochmal dazu addiere. Das kann ich ja einfach hier machen, ob er dann wirklich 3 Uhr 5 rauskriegt, und 3 Uhr 5, wunderbar. Also soweit, sieht so aus, wie wenn die Lösung funktioniert. Ich muss aber zugeben, das war wesentlich schwerer, als ich gedacht habe. Einfach ein harmloses Problem, aber das mit der Uhr, mit dem Übertrag und so weiter, und sieht jetzt auch recht kompakt aus. Also meine erste Lösung war wesentlich größer als diese hier. Und ich weiß auch noch nicht hundertprozentig, ob die komplett fehlerfrei ist. Wenn ihr da einen Fehler findet, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Auch wenn ihr eine schönere Lösung, eine kompaktere Lösung, eine bessere Lösung findet, könnt ihr das auch in die Kommentare schreiben, und wir können darüber diskutieren und alle noch davon lernen. Ja, das war es von diesem Mal. Bleibt dran. Bis dann. Tschüss.